Hi, hier ist wieder Chris und in diesem Tutorial zeige ich euch, wie ihr in Google-Tabellen reguläre Ausdrücke in einer Wenn-Funktion anwenden könnt. Das Thema reguläre Ausdrücke ist extrem komplex. Ich kann das auch wirklich nur ankratzen. Ich zeige hier nur ein paar ganz einfache Beispiele, aber damit könnt ihr sehr, sehr präzise filtern. Ich zeige erst mal, wie man das mit einer normalen Wenn-Funktion normalerweise macht. Ich gebe das einfach hier mal ein, ich gebe ein Gleichheitszeichen ein, schreibe Wenn, Klammer auf, gebe dann die Bedingung ein. Ich will jetzt einfach wissen, ob jetzt in der Zelle zum Beispiel zwei Hunde steht. Wie gesagt, erst mal ganz, ganz simpel zum Verständnis. Das heißt, ich will wissen, ob in dieser Zelle A2 gleich zwei Hunde steht. Das mache ich in Anführungszeichen zwei Hunde. Ihr seht ja, klar steht hier nur eine Katze, aber wenn wir das runter kopieren, dann würde das hier schon mal zutreffen. Also wie gesagt, A2 eingetragen als relative Bezug. Das heißt, wenn wir das gleich runter kopieren, wird daraus A3, A4 und so weiter. Also passt sich automatisch der Zellposition an. Dann als nächsten Parameter gebe ich an, was passieren soll, wenn die Bedingung zutrifft. Ja, ich sage jetzt einfach mal in Anführungszeichen stimmt. Anführungszeichen oben und der nächste und letzte Parameter ist der Parameter, was ausgegeben werden soll, wenn die Bedingung nicht stimmt. Also einfach in Anführungszeichen geschrieben stimmt nicht. Anführungszeichen oben, Klammer zu, Enter gedrückt. Ihr seht, stimmt nicht. Wenn ich das Ganze jetzt hier runter kopiere über den kleinen Anfasser, dann seht ihr, passt das nur für eine einzige Zeile hier. Ihr seht das hier. Das Problem ist jetzt aber hier, ja wie kann ich jetzt bestimmen, ich möchte zum Beispiel alles als wahr angeben, wenn der letzte Buchstabe zum Beispiel ein E ist. Tja, das kann ich so jetzt auf diese Art nicht machen und das können wir aber mit regulären Ausdrücken machen. Das ist total cool und ich werde jetzt auch die Formel erstmal anpassen. Ich schmeiße das mal hier alles raus, einfach mit der Entferntaste, nachdem ich das markiert habe. Dann klicke ich hier nochmal doppelt drauf und damit wir diese regulären Ausdrücke anwenden können, müssen wir hier als Bedingung Regix Match als Funktion eintragen. Ich lösch das erstmal und trage jetzt mal den Funktionsnamen ein, damit ihr das erstmal lesen könnt. Das heißt, Regix, zack und wenn ich jetzt die Tabulatortaste drücke oder hier einfach raufklicke, dann wird das eingetragen. Und hier in Klammern können wir jetzt diese Bedingung eintragen, die wirklich mit regulären Ausdrücken zu tun hat. Sehr sehr komplex, sage ich ja. Und hier wäre der erste Parameter diese Zelle wieder. Das heißt, wenn wir hier in der Klammer sind, also in den Klammern sind, hier einfach hier reingeklickt. Ihr seht A2, der zweite Parameter, wäre dann der reguläre Ausdruck. Das heißt, in Anführungszeichen, also genau dazwischen, können wir jetzt unseren regulären Ausdruck eintragen. Wenn ich jetzt zum Beispiel möchte, dass alles angezeigt wird, was mit einem E endet, dann brauchen wir natürlich einmal das E. Aber ihr seht, hier steht schon stimmt. Momentan wird nur überprüft, ob ein E enthalten ist. Und zwar ist es aber auch ganz wichtig, dass wir verstehen, wir müssen teilweise auch Bedingungen festlegen, die sagen, ja das E soll am Ende stehen oder am Anfang und so weiter. Wenn ich jetzt Enter drücke, ich mache das mal, dann seht ihr, das stimmt. Wenn ich das Ganze hier runter kopiere mit einem Doppelklick, dann seht ihr, dann stimmt das überall. Weil überall kommt ein E vor. So, das heißt, wir müssen natürlich sehr präzise bestimmen, was wir eigentlich wollen. Also nur E reicht nicht, wenn wir nur ausgeben wollen, wenn am Ende ein E steht. Das heißt, ich klicke hier nochmal doppelt rein und wenn ich jetzt hier hinter diesem E einfach festlege, das muss am Ende stehen, dieses E, dann müssen wir so ein Dollarzeichen eingeben. Das bedeutet dieses Ende Zeichen, also es ist am Ende. Und jetzt muss es so sein, dass das E genau vor dem Ende kommt. Nur als Beispiel. Ich drücke Enter. Zack. Ihr seht, das stimmt immer noch. Ich kopiere das Ganze wieder runter. Und ihr seht, hier stimmt das. Hier stimmt das nämlich nicht mehr. Hier kommt zwar ein E vor, aber das nicht am Ende. Und hier genau das Gleiche. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal rausfinden wollen, wo ein D oder V enthalten ist, also in welchem Text, ja auch ganz einfach. Ich lösche das erstmal hier wieder darunter. Doppelklick. Und wir können zum Beispiel Bereiche bestimmen, indem wir jetzt einfach sagen, in eckigen Klammern geben wir das ein, was vorhanden sein muss. Das heißt, entweder D oder V. Das wäre jetzt hier unten zum Beispiel. Einmal das und einmal das hier. Wir haben hier oben zwar auch ein D, aber das werden wir gleich rausfiltern. Und ihr seht D und V. Und dann machen wir wieder die schließende eckige Klammer. Und jetzt ist das so, dass entweder D oder V vorkommen muss. Wenn ich das jetzt ohne diese Klammern, ohne diese eckigen Klammern eingegeben hätte, dann müsste das direkt hintereinander vorkommen. Also D, V müsste dann im Text genauso stehen. Und das hier ist jetzt so aufgebaut mit den eckigen Klammern, dass entweder D oder V vorkommen muss. Ich drücke Enter. Zack. Stimmt nicht. Klicke ich hier wieder doppelt drauf auf die Ecke. Zack. Dann seht ihr. Stimmt. Stimmt. Die Möglichkeiten für reguläre Ausdrücke sind extrem, wirklich extrem enorm, aber total cool. Ihr könnt zum Beispiel sowas machen, dass ihr mit regulären Ausdrücken festlegt oder zumindest überprüft, ob eine E-Mail-Adresse richtig ist. Ihr wisst, wie viele verschiedene E-Mail-Adressen es gibt, wie man sich zum Beispiel vertun kann. Und ihr könnt überprüfen, ob wirklich HTTP da drin vorkommt oder HTTPS, Doppelpunkte, Slash und so weiter. Ihr könnt das so überprüfen, dass ihr genau sagt, okay, auch selbst mit den ganzen COM, NET und ORG-Geschichten, das könnt ihr alles ganz exakt bestimmen. Aber solche Formeln oder besser gesagt regulären Ausdrücke sehen natürlich dann auch echt kryptisch aus. Sie sind so kryptisch teilweise, je nachdem, was ihr damit machen wollt, dass ihr schon fast Kopfschmerzen bekommt, wenn ihr euch das komplett durchlest und versucht, das nachzuvollziehen, was da überhaupt drin steht. Also wirklich so eine Formeln sind enorm. Ein paar Kleinigkeiten zeige ich euch noch. Und zwar habe ich euch ja gezeigt, was ihr am Ende eintragen müsst. Das Dollarzeichen zum Beispiel. Wollt ihr das ganz vorne haben, das heißt, der erste Buchstabe soll schon stimmen, dann könnt ihr das über dieses Zeichen hier machen. Ich schmeiße das mal kurz raus hier. Und zwar ein Circumflex oder wie das heißt, glaube ich. Und das bedeutet, das steht am Anfang. Das ist der Anfang. Und wenn ihr danach einen Buchstaben eingebt, zum Beispiel ein E, dann muss das am Anfang stehen und darf nicht mittendrin stehen. Wir hatten ja vorhin das E, das kleine E ohne irgendwelche Zeichen. Da wurden ja mehrere Sachen angezeigt, eigentlich alle. Und hier wäre das wirklich am Anfang des Textes. Also ich gebe das ein, dieses Circumflex E und Enter und das stimmt. Und hier unten haben wir das ja nirgends. Das heißt, überall dürfte das jetzt nicht stimmen. Ihr seht, das ist auch so. Das gleiche ist ein Punkt. Ein Punkt ist auch eine ganz coole Geschichte. Das heißt, ein Punkt bedeutet jedes beliebige Zeichen. Also würde ich jetzt zum Beispiel so was raussuchen wie, ich möchte etwas mit neun Buchstaben haben. Dann kann ich jetzt neun mal einen Punkt drücken. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Leerzeichen zählt auch als Punkt. Und wenn ich jetzt Enter drücke, zack, dann schauen wir mal, wo das nicht hinhaut. Und ich gehe hier mal runter. Und ihr seht, überall stimmt das. Aber, wie ihr seht, und das ist ganz wichtig, es stimmt überall. Aber hier kommt zum Beispiel 10 vor. Also, was müssen wir tun? Wir müssen wieder festlegen, dass am Anfang und am Ende die entsprechenden Symbole eingesetzt werden. Das heißt, hier zwischen wieder dieses Circumflex, zack, und hier wieder dieses Dollarzeichen, Dollarzeichen. Und genau dazwischen, zwischen dem Anfang und dem Ende, müssen genau neun Zeichen vorkommen. Wie gesagt, mit Leerzeichen. Wenn ich jetzt Enter drücke, zack, dann seht ihr, das stimmt hier schon mal nicht. Hier unten habe ich nämlich gerade gezählt, das sind genau neun. Das heißt, wenn ich jetzt das hier nochmal runter kopiere, dann stimmt das nämlich nur noch hier. Ihr habt gesehen, dass ihr damit nicht nur so einfache Bedingungen festlegen könnt, sondern ihr könnt da wirklich ganz komplexe Abfragen mit erstellen. Ich werde euch unten einen Link reinpacken, dann könnt ihr euch das angucken. Es gibt so eine Webseite, wo ihr die ganzen regulären Ausdrücke nochmal sehen könnt, die von Google Tabellen unterstützt werden, also zumindest hier für Regex Match und die anderen Regex Funktionen. Aber zumindest habt ihr jetzt hier schon mal einen ganz kleinen Einblick bekommen, was ihr damit machen könnt. Ich hoffe, der ein oder andere konnte mit dem Tutorial was anfangen. Ich würde mich jedenfalls freuen, freue mich natürlich wie immer über einen Daumen hoch. und wenn ich euch bei weiteren Tutorials von mir wieder sehe. Alles klar, bis dann, ciao, ciao!